Ein Autor der Weltbühne, Kurt Rosenfeld, beobachtete im Juli 1923, dass, wann immer die Bataillone Friedrichs mit flatternden Fahnen aufmarschierten, im Kino tosender Beifall ausbrach, und er fragte sich, worauf wohl die Anziehungskraft des Films beruhen mochte. Seine Antwort? Dreierlei ist es, was das Publikum darin anzieht. Der Glanz der militärischen Vergangenheit, die Beziehung auf die Gegenwart und die Erscheinung des großen Königs, der das Urbild eines starken Mannes ist, wie ihn jetzt so viele ersehnen. So leistet der Film als wirksame Propagandawaffe der deutschen nationalen Auffassung von der glorreichen deutschen Vergangenheit Vorschub. Die SPD-Zeitung Vorwärts rief zum Boykott des Films auf. In manchen Städten kam es zu Protestkundgebungen von Sozialdemokraten und Kommunisten, aber auch die Rechte mobilisierte ihre Anhänger zu Aufmärschen für den Friederikus Rex. In den spannungsreichen Monaten vor seinem Putsch vom November 1923 versäumte es der Filmenthusiast Adolf Hitler nicht, sich die Serie anzusehen. Besonders die Szene im zweiten Teil, Vater und Sohn, in der der junge Friedrich der Hinrichtung des Freundes Katte beiwohnen muss, fand seinen Beifall. Kopf ab für jeden, der gegen die Staatsräson frefelt, und wäre es selbst der eigene Sohn. In diesem Sinne sei Preußen groß geworden, und dieser Geist müsse wiederbelebt werden, wenn der Abwehrkampf gegen die Ruhrbesetzung erfolgreich geführt werden solle. Viktor Klemperer sah sich beim Besuch der ersten beiden Teile im März 1922 in große Gefühlsverwirrung gestürzt. Auch ihn, den nationalempfindenden jüdischen Deutschen, habe, so notierte er, die vernichtende deutsche Größe mit vielem Schmerz erfüllt, und er habe ein paar Mal kaum Tränen unterdrücken können. Andererseits aber konnte er sich nicht verhehlen, dass es gerade die ekelhaften Hakenkreuzler, die unreifsten Elemente, die schlimmsten Teutschen waren, die Beifall klatschten.